Привет, Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Aufnahmherde, ich bin mit dem Rainbow Six Siege angekappt, mit dem ProGalp. Hi Leute, ich bin mit dem ProGalp. Ja, okay. Der Delfin. Ihr hört's verroberisch. Ihr hört's verroberisch. Ihr hört's verroberisch. Ihr hört's verroberisch. Huuu. 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 Jetzt halt dich mal auf. Ihr hört's verroberisch. Jetzt halt mal den Frenz. Jetzt bin ich... Aggressiv. Aggressiv haltbar, ne? Huuu. 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 Die Leute denken, die sind die verblöden. Hör, das sind die verblöden. Hör, das sind die verblöden. Hör, Mute, mach mal hier. Hör, wer wird... Hör, ich bin... Hör, ich bin... Hör, ich bin... Hör, was ist los? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hör, wie sie bei mir einfach so spawnen. Nein, da ist nichts auf einmal... Digga, was? Nimm... Hast du schon eine Schutzreste? Nein, aber ich will nicht in dem Raum bleiben, weil ich weiß... Ich bin die Sekretärin von GTA. Bei mir gibt's Zuckern. Bei mir gibt's Zuckern. Bei mir gibt's Zuckern. Zuckern. Er ist so da. Stellen wir sie so da. Nein. Ey guck dir, guck dir mal die Vielfalt an Gezränken an. Blasen? Blasen? Blasen, Blasen, eine Blase, keine Blasen. Oh, da kommt wer. Oh fuck. Oh. What the... Schieß einfach. Ich hab mich wiederbelebt. Ich hab mich wiederbelebt. Ich hab mich wiederbelebt und ihn umgebracht. Oh, oh mein Gott. What the... Wer ist da? Wo ist der? Ist schon dort. What the fuck, das Blut einfach schon mal. Wo, 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 Blut. What the... Oh. Oh, da ist Drohne. Jetzt geh mal einen Raum rüber. Wo ist Drohne? Im Gang. Ey, du guck... Deine Füße guck mir einfach durch die Wand. Warte, warte. Geh du, geh du mal dahin, geh du mal dahin wo ich war. Ich leg mich jetzt auch hin. Geh du mal. Ich werde sterben, egal. Ey, warte. Es geht nicht. Du musst zum Schreibtisch... Achso. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Warte mal, lass mich was probieren. Oh. Oh, scheiße. Ich hab keine Schutzweste. Hey, warte. Wir sollten... Progo's. Oh, warte. Hallo. Vielleicht sollten wir ihm helfen. Vielleicht? Oh, Blitz. Blitz, 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 Blitz. Denk ab, den Kampf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab auf seine Hand geschossen. Ich hab auf seine fucking... Ich hab auf seine fucking... Hand geschossen und er stirbt fast. Ich hab einfach so einen ... ...T hast mir den Kögel gestohlen. Hmhm. Hallo. Will dich nicht empfehlen ... ... jetzt hier ein Pfarr... Robust, tue es nicht. Ich werde dich begleiten. Oh fuck. Die sind ja auf der anderen Seite vom Haus. So gehts. Easy. Okay. Einfach so ein okay. Hat er? Hat er nicht. Doch. Ist das das Geisel? Nein, hat er nicht. Ist das nicht. Ich mache jetzt eine Vorobus. Fucker. Nein, Vorobus spielt zuerst Montage. Und killt einfach alle vier. Die erste Einsätze. Ja, Leute. Da spiele ich euch übrigens am Schluss des Videos noch ein. Dann könnt ihr das sehen. Ja, dann verrate ich. Der zusammengeschnittene Schnitt natürlich. Mann! Ich will mal reden! Ach tja, und übrigens. Hier wird schon geschnitten. Das ist Rainbow Uncut mit Cut. Das war ein Format auf meinem Kanal. Abonniert mich auch. Ich meine, wenn ihr die Uncut-Version sehen wollt, guckt bei Karobus dabei. Oder die Mid-Cut-Version habt ihr ja schon gehört bei Flobo. Warum auch immer man Rainbow Uncut mit Cut spielt? Ich hinterfrag das jetzt nicht. Ich bin mal langweilig. Du warst im fucking Urlaub. Ich war noch zuhause. Den einen Tag bedecken. Sowas könnte ich jetzt machen. Rainbow Uncut, Luke Cut. Nein! Anstatt aus so einer Runde. Anstatt aus so einer Runde. Rage oder so. Nein. Machen. Rainbow Uncut mit Cut. Ja. Kreatives Format, nicht? Beste Format. Wow. They know where I am. I'm so scared of this. Robo, 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 Robo. Warte, warte. Ich bin breiter als der Türsteher. Ich bin breiter als der Türsteher. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau mit Elektro-Ding. Ich würde den Braten sagen, aber es ergibt keinen Sinn. Da steht da was oben. Da steht Warning oben. Ja, das ist kaputt. Elektroschock. Okay. Warte. Ah! Nein. Oh! Doch. Nein, doch. Das ist komplett unnützig, wenn man hier wieder bei kommt. Egal. Da habe ich letztes Mal... Gut abge... Fangen wir die gefunden? Nein. Oh! 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 Ich mache da mal... Ich habe kein Schild. Stell dich hin. Und schau, ob da wer kommt. Bleibt da. Für immer. Wir gehen nach Hause. Da ist niemand. Oh! Progo, der Kluge. Hallo. Ist aber... Ich komm jetzt auch rein, ne? Also keine Sorge. Ich will schon weiter. Buddy! Padu, padapadapadada! Klopp, klopp. Open up the door. Oh, Mark. Zockt. Einfach gerade so gerettet. Oh, Mark. Und dann zockt. Als ob... Coming? Da ist ein Rook. Ich meine... Etwas eskalierendes ist gerade geschehen. Wo ist denn der? Ich will nicht mehr bleiben. Jumpscare! Hm, wo wohl? Ich will nicht mehr schießen, Baby. Digga, was? Was versuchst du hier zu erreichen, mein Freund? Moose! Ich schwöre, ich hab da hinten den Fuß gesehen, aber der war nicht mehr dort. Moose! Moose! Das ist ein Moose! Das ist ein Moose! Baby, liebe... Ich will nicht töten, Baby! Kill! 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 Ist es schon mal passiert, dass du die Geißeln mit deinen Menschen verwechselt hast? Warte kurz. Ist es schon mal passiert, dass du die Geißeln mit deinen Menschen verwechselt hast? Und dann... Warte. Ich krieg jetzt gleich was von McDonalds! Yeah! Er bekommt was von McDonalds! Von McDonalds! Oh, McDonalds hat ne Form! Hier, hier, hier! Hashtag no Schleichwerbung! Vom McDonalds! Hey, komm! Herr Robos! Nein! Komm zu den... Komm zu den alten Papa, Marc! Ich sing dir ein Lied vor... Oh, McDonalds hat ne Form! Hier, hier! Lass dich, ich munter die Geißeln auf! Alles wird gut! Du kommst ein Lied von mir! Oh, McDonalds hat ne Form! Hier, hier, hier! Hier, hier! Das heißt, ich habe mir so ein geistesgestattetes Pferd, das gerade auf die Kastration wartet. Ein geistesgestattetes Pferd. Das ist auf die Kastration wartet. Deine Hormone sind zu stark. Wo bist du? Deine Hormone. Der Tormon. Hey lol. Sind die jetzt im Keller? Lol. Ich glaube die Idioten auch nicht. Ich habe eine Idee. Ich mache Rainbow Uncut mit Cut Uncut. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Der hat einen Fuse. Ich warte jetzt einfach nach, bis der da sich runterseilen lässt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe mich erschreckt. Ich denke, ob mir so rausgeht. Hallo. Da ist ja, wo ich tobt bin, in dem Raum ist ein Arsch. Also so ein Amerikaner. Lebt noch? Ich nicht. Warte, bist du. Irgendwo in dem Raum ist er. Hey Digga, was? Was? Hey, der ist nicht... Oh, doch nicht. Wir spielen überhaupt nicht COD. Das COD spielt uns. Ja. Nein. Nein, doch. Oh. Ne, ich spiele nur so weit den... Hallo, Frust. Was? Ja, ich spiele da so... Hallo, Frust. Ich spiele so... Weil der Raum scheiße ist. Da hinten... Ich spiele. Hallo. Hallo. Futze. Hallo, ähm... Wer war das? Du hast einfach... Du hast jetzt auf alle von dir entziehen ge... Ne, ich habe einen getötet, nicht die Leute getötet. Eins. Kann sein? Oh. Eins. Eins. Okay, nein. Also Leute, danke für das Zusehen. Auf jeden Fall, war eine nice Runde. Bis zum nächsten... Ich habe gerade 2 zu 0 gewonnen. 3 zu 0. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Willst du da reinkommen? Oben. Oh fuck. Oh fuck, fuck, fuck. Besser. Ja. Ah ja. Was ist der? Ach so, Polter. Fakt ist, es gibt immer mehr... Es gibt immer mehr Glutzeuge. Mehr als U-Booter im Wissen. Du hast einen Glutzeuge. Naja, ich weiß... Naja, ich weiß... Ne, ich weiß... Und ich weiß, was ist... Ja... Naja, ich weiß... Du hast ihm... Genie, ich weiß... Man, wenn ich... Und das hat mir... Ey, wenn du das... Ich weiß... Ja, aber wir... Den... Ich weiß... Das hat mir... Ich weiß... Ich weiß nicht, was der Ding ist. Das wäre... Der steht mit dem Gefecht. Schau, ich trau mich nicht rein, wenn er da ist. Wenn ich einspringe und das... Digga! Niemals! 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 Alter!